Es folgen hier sechs weitere Beispiele zu Stammfunktionen und dann noch ein Beispiel zur Integralrechnung. Legen wir los mit rationalen Funktionen. Eine Funktion ist rational, wenn ihr algebraischer Ausdruck der Bruch von zwei Polynomen ist. Und um von solch einer rationalen Funktion eine Stammfunktion zu bestimmen, verwandelt man diesen Bruch zuerst einmal durch Polynomendivision in einen Quotienten von zwei Polynomen ohne gemeinsame Nullstelle. Und zwar so, dass der Grad des Zählers streng kleiner ist als der Grad des Nenners. Am besten schauen wir in ein Beispiel, was das Ganze heißt. Hier haben wir eine rationale Funktion, Bruch von zwei Polynomen und der Grad des Zählers ist nicht streng kleiner als der des Nenners. Deshalb müssen wir zuerst einmal die Euclidische Polynomendivision vornehmen und stellen uns hier die Frage, womit muss ich das multiplizieren, um daran zu kommen? Ja, mit 1. Jetzt machen wir das Produkt 1 mal dieses Trinom und schreiben dieses Produkt dahin. Sobald man das Produkt gefunden hat, nimmt man alles entgegengesetzt, so, und dann wird addiert. Die zwei ersten Terme, die fallen immer weg. Wenn sie nicht wegfallen, hat man da schlecht gearbeitet. Der Rest ergibt dann x plus 13. Und der Grad von x plus 13 ist streng kleiner als der Grad vom Teiler. Also ist die Division beendet und wir können daraus schließen, dass dieser Bruch genau dasselbe ist wie 1 plus diesen Rest geteilt durch den Teiler. Also, diese rationale Funktion ist dasselbe wie 1 plus x plus 13 auf x² minus 4x plus 5. Das ist eine Summe. Also dürfen wir hier zerstückeln und rechnen die Stammfunktion von 1dx, das heißt x, plus die Stammfunktion von diesem Bruch dx. In diesem Bruch kann man den Nenner faktorisieren, denn die diskriminante Delta, die ist hier streng positiv. Deshalb kann man diesen Nenner faktorisieren in x minus erste Nullstelle mal x minus zweite Nullstelle mal die Vorzahl von x². Die ist aber hier 1. Die zwei Nullstellen sind hier natürlich 5 und minus 1. Und aus diesem Grund, weil man das Binom so faktorisieren kann, kann man diesen Bruch auch noch so schreiben. Dieser Bruch ist dasselbe wie eine konstante Zahl, wir nennen sie hier mal Groß A, geteilt durch dieses Binom, plus eine Konstante, wir nennen sie hier Groß B, geteilt durch dieses Binom. Hier gilt es jetzt, diese konstanten Zahlen A und B herauszufinden. Dazu machen wir hier alle Brüche gleichnamig. Da dieses Trinom das Produkt von diesen beiden ist, ist es schnell gleichnamig gemacht, indem man hier Nenner und Zähler mit x plus 1 multipliziert und hier Nenner und Zähler mit x minus 5 multipliziert. So, und dann kann man den gemeinsamen Nenner sofort fallen lassen. Hier steht jetzt, dass x plus 13 dasselbe sein muss, wie ax plus a plus bx minus 5b. Das schreiben wir ein bisschen anders. Wir klammern dann in diesem algebraischen Ausdruck das x aus. Zwischen Klammern bleibt dann natürlich a plus b. Und der unabhängige Term wird dann sein a minus 5b. Jetzt haben wir hier die Gleichheit von zwei Polynomen. Diese Gleichheit ist nur dann möglich, wenn die Vorzahlen von x gleich sind und wenn die unabhängigen Termen ebenfalls beide gleich sind. Somit führt das zu diesem Gleichungssystem mit den zwei unbekannten a und b, das wir dann lösen. Und so findet man, dass a 3 sein muss und b minus 2 sein muss. Übrigens, um diese zwei Zahlen a und b daraus schneller zu finden, könnte man wie folgt vorgehen. Diese Gleichheit, die ist von da abgeschrieben, diese Gleichheit muss ja gültig sein für egal welchen x-Wert. Also muss sie auch gültig sein, wenn x minus 1 ist. Dann ersetzen wir hier drin überall x durch minus 1 und finden dann, dass 12 dasselbe sein muss wie 0 plus minus 6b. Es war also clever hier, minus 1 einzusetzen, weil die unbekannte a durch diesen besonderen Wert verschwindet. Denn wenn x minus 1 ist, dann ist diese Klammer 0. Und so finden wir sofort, dass b minus 2 sein muss. Den selben Trick kann man anwenden, um hier b verschwinden zu lassen. Dann ersetzen wir x einfach durch 5. Dann verschwindet dieser Term. Machen wir das. Wenn x 5 ist, dann ergibt diese Gleichheit 18 gleich 6a, woraus wir sofort finden, dass a 3 sein muss. Das geht so ein bisschen schneller als mit diesem Gleichungssystem. Auf jeden Fall haben wir herausgefunden, dass man diesen Bruch, von dem wir eine Stammfunktion suchen, schreiben kann in diese Form a, das heißt 3, 3 geteilt durch x minus 5 plus b, das heißt minus 2, also plus minus 2 geteilt durch x plus 1. Wir können also unsere gesuchte Stammfunktion so berechnen. Hier, das macht x. Bei dieser hier schmeißen wir die multiplikative Konstante 3 raus, dann bleibt noch 1 auf x minus 5. Und durch die einfache Substitution u gleich x minus 5, werden wir dann den natürlichen Logarithmus vom Betrag von x minus 5 finden. Hier genauso, minus 2 schmeißen wir raus als multiplikative Konstante, dann bleibt dann noch 1 geteilt durch x plus 1 und wieder durch Substitution u gleich x plus 1 wird das sofort zu ln vom Betrag von x plus 1 führen. Und somit haben wir unsere Stammfunktion gefunden. Übrigens eine kurze Bemerkung, ich habe diese Stammfunktion hier i genannt, i wie Integral. Denn wenn bei einem Integral die Integrationsgrenzen nicht da stehen, dann ist es eine Stammfunktion, die man auch unbestimmtes Integral nennt. Eine Stammfunktion ist also ein unbestimmtes Integral. Deshalb habe ich das hier i genannt, genauso wie in dem zweiten Beispiel. Hier suchen wir wieder Stammfunktionen von dieser rationalen Funktion. Der Grad ist aber oben schon streng kleiner als unten und das obere Polynom hat auch keine gemeinsame Nullstelle mit dem unteren. Das obere hat überhaupt keine Nullstelle. In diesem Nenner hier ist die diskriminante Delta streng negativ. Jedes Mal, wenn das der Fall ist, versuchen wir diese Stammfunktion irgendwie auf die Stammfunktion von 1 auf x² plus 1 dx zurückzuführen. Das heißt auf Achlus-Tangenz von x. Zuerst einmal nimmt man hier für x² plus x die quadratische Ergänzung vor. Das heißt zu diesem Binom addieren wir ein Viertel. Dann macht dieses Binom plus ein Viertel das perfekte Quadrat x plus ein halbes hoch 2. Aber dann haben wir ein Viertel addiert. Ein Viertel muss also sofort wieder subtrahiert werden. Und 1 minus ein Viertel, das macht 3 Viertel. Das ergibt sich also aus der quadratischen Ergänzung von diesem Binom. Aber jetzt steht da hinten 3 Viertel. Wir hätten da gerne eine 1. Wir erreichen hier die 1, indem wir Nenner und Zähler vollständig multiplizieren mit 4 Drittel. Tun wir das. Oben haben wir dann 4 Drittel und unten haben wir alles mit 4 Drittel multipliziert und 4 Drittel verteilt. Also ergibt das 4 Drittel mal dieses Quadrat plus 4 Drittel mal 3 Viertel, das heißt die 1. Zumindest haben wir jetzt da hinten diese 1. Aber jetzt haben wir davor kein Quadrat. Hier steht 4 Drittel vor dem Quadrat. Wir möchten aber nur ein Quadrat haben. Deshalb stecken wir diese Zahl 4 Drittel in diese Quadratklammer hinein. In der Quadratklammer wird diese Zahl dann zu 2 geteilt durch Wurzel 3. Denn 2 geteilt durch Wurzel 3 im Quadrat ergibt 4 Drittel. Und diese Zahl 2 geteilt durch Wurzel 3, die muss dann hier in der Klammer verteilt werden. Dann sieht das Ganze so aus. Und die Zahl 4 Drittel von oben, wir schreiben 4 Drittel mal 1 und schmeißen diese 4 Drittel als multiplikative Konstante aus dieser Stammfunktion raus. Jetzt bleibt noch das da. Und hier haben wir effektiv die Form 1 geteilt durch ein Quadrat plus 1. Genau wie da. Dann nennen wir diese Klammer hier U. Wir nehmen jetzt die Substitution vor. U gleich diese Klammer. So. Denn dann wird das führen zu 1 auf U Quadrat plus 1. Genau das, was wir gerne hätten. Wenn U gleich diese Klammer ist, dann ist die Ableitung von U gegenüber X die Zahl 2 auf Wurzel 3. Und somit ist das Differential DU gleich zu 2 auf Wurzel 3 mal das Differential DX. Und daraus können wir schließen, dass DX dasselbe sein muss wie Wurzel 3 geteilt durch 2 mal DU. So. Jetzt können wir diese Substitution hier vornehmen. Und das führt dann sofort zu dieser Stammfunktion, so wie wir es eigentlich wollten. Wir ersetzen dieses DX durch Wurzel 3 halbe DU und Wurzel 3 halbe ist dann sofort aus dieser Stammfunktion raus, als multiplikative Konstante. Und dann bleibt hier noch als Bruch 1 geteilt durch U Quadrat plus 1. Diese Stammfunktion ist also Argus Tangens von U. So. Und somit haben wir die Stammfunktion mit U gefunden. Und letztendlich ersetzen wir dieses U noch durch das, was es ist. Und die Stammfunktion ist somit gefunden. Es ist schon seltsam, dass die Stammfunktion von solch einer einfachen rationalen Funktion zu einer zyklometrischen Funktion führt. Aber wenn man diese Funktion ableitet, dann findet man effektiv diesen einfachen Bruch. Ein drittes Beispiel. Die Diskriminante von diesem Trinom zweiten Grades, die ist gleich 0. Das bedeutet, dass man dieses Trinom sofort in Form eines Quadrats schreiben kann. Hier nehmen wir die einfache Substitution U gleich X minus 1 vor. Und durch U gleich X minus 1 finden wir sofort, dass DU geteilt durch DX 1 ist. Und somit ist DU dasselbe wie DX. Diese Substitution führt also sofort zu Stammfunktion von 1 auf U Quadrat wie U. Und 1 auf U Quadrat, das ist dasselbe wie U hoch minus 2. Stammfunktion von U hoch minus 2 DU. Das ist U hoch minus 1 geteilt durch minus 1. Die Stammfunktion haben wir gefunden mit U ausgedrückt. Und jetzt brauchen wir nur noch das U zu ersetzen durch das, was es ist. Und finden somit diese einfache Stammfunktion von dieser rationalen Funktion. Dieses Verfahren funktioniert jedes Mal so, wenn Delta gleich 0 ist. Kommen wir nun zur Bestimmung von Stammfunktionen einer trigonometrischen Funktion. Wenn kein trigonometrischer Trick hilft, dann versucht man einfach das Verfahren mit klein t. Wir wissen, wenn man t gleichstellt zu Tangens von x halbe, dann ist der Cosinus von x gleich zu diesem Bruch. Der Sinus von x ist gleich zu dem Bruch und der Tangens von x ist dann gleich zu diesem Bruch. Schauen wir wieder in drei Beispiele. Man sollte sich die Beispiele zuerst gut anschauen, um vielleicht einen kleinen trigonometrischen Trick zu erkennen. Hier könnte man zum Beispiel die 1 durch die Grundformel der Trigonometrie gleichstellen zu Cos² von x plus Sin² von x. So. Denn dann haben wir hier eine Summe. Also so. Bei einer Summe kann die Stammfunktion zerstückelt werden in zwei einfachere Stammfunktionen. Und das arrangiert hier sehr schön. Denn Sin² mit Sin² kann man hier kürzen. Dann bleibt dann nur noch 1 auf Cos² von x übrig. Und hier kann man Cos² mit Cos² kürzen. Dann bleibt hier nur noch 1 auf Sin² von x übrig. So. Zu dieser Stammfunktion gibt es nicht viel zu berechnen, denn die kennt man auswendig. Das ist der Tangens von x. Und diese Stammfunktion, man kann sehr schnell herausfinden, dass das die Minus-Kotangenz von x ist. Und somit haben wir die Stammfunktion davon bestimmt. Fertig. Mit einem trigonometrischen Trick konnten wir das Klein-T-Verfahren umgehen. Ein zweites Beispiel. Dieses hier. Wir haben hier das Produkt von zwei Cosinus-Werten. Vorsicht! Stammfunktion von einem Produkt, das ist nicht das Produkt der Stammfunktionen. Hier kann man also nicht zerstückeln. Aber Cos mal Cos, das kommt in den Formeln von Simpson vor. Und zwar da. Die Formel von Simpson haben wir oft eingesetzt, um eine trigonometrische Summe in ein Produkt zu verwandeln. Hier wollen wir genau das Gegenteil machen. Wir wollen dieses Produkt in eine Summe verwandeln, denn beim Produkt kann man nicht zerstückeln in zwei einfachere Stammfunktionen, bei einer Summe aber wohl. Also setzen wir in dieser Formel die 2 mal darüber, dann teilt die hier, dann bleibt hier Cos mal Cos genau wie da. Und dann stellen wir p plus q halbe gleich 2x und p minus q halbe gleich 4x. Somit ergibt sich dann, p plus q halbe ist 2x, p minus q halbe ist 4x. Indem wir die zwei Zweier darüber setzen, finden wir dieses Gleichungssystem. Indem wir die zwei Gleichungen addieren, finden wir, dass p 6x sein muss. Und indem wir die zwei Gleichungen subtrahieren, finden wir sofort, dass q minus 2x sein muss. Das heißt also, wenn wir p plus q halbe durch 2x ersetzen und p minus q halbe durch 4x, dann haben wir hier das Produkt Cos 2x mal Cos 4x, dann müssen wir hier links das p ersetzen durch 6x und das q durch minus 2x. Vergessen wir nicht die zwei, die links rüber zu setzen ist. Somit finden wir als Stammfunktion ein halbes mal Cos 6x plus Cos 6x halbe dx plus Stammfunktion von Cos 6x halbe dx wieder konnten wir durch einen trigonometrischen Trick das Klein-T-Verfahren umgehen. Ein drittes Beispiel. Stammfunktion von dx geteilt durch 1 plus Cos x. Das ist eine offizielle Schreibweise für eine Stammfunktion. Mir persönlich gefällt die nicht. Ich setze viel lieber das dx nach hinten. Also schreibe ich hier 1 mal dx. Das dx setzen wir nach hinten. Und somit sehen wir besser die Funktion, deren Stammfunktion zu bestimmen ist. Wenn einem nichts Besseres einfällt, dann versucht man eben das Verfahren mit kleinem t. Das heißt, wir stellen t gleich Tangens von x halbe. Wir nehmen dann an beiden Seiten den Achkustangens. Dann haben wir Achkustangens von t gleich x halbe. Die 2 setzen wir dann noch links rüber und finden so, dass x 2 mal Achkustangens von t sein muss. Jetzt leiten wir dieses x gegenüber der Variable t ab. dx auf dt ergibt also 2 mal 1 auf 1 plus t Quadrat. Und das dt setzen wir noch rechts rüber. Somit finden wir, dass dx dasselbe sein muss, wie 2 auf 1 plus t Quadrat dt. Und das bauen wir jetzt hier in unsere Stammfunktion ein. Die Stammfunktion führt dann zu Stammfunktion von 1 auf 1 auf 1 plus 1 plus. Cosinus von x, das lesen wir da ab, ist gleich zu diesem Bruch, der also dahin geschrieben wurde. Und das dx können wir ersetzen durch 2 auf 1 plus t Quadrat dt. Das ist auch hier gemacht worden. Um jetzt weiter zu rechnen, müssen wir bei dieser Summe die zwei Zahlen hier gleichnamig machen. Was dann sofort zu dieser einfachen Rechnung führen wird. Und da können wir noch 1 plus t Quadrat streichen und sogar die zwei Zweier streichen. Dann bleibt nur noch Stammfunktion von 1 dt. Stammfunktion von 1 dt, das ist t. Und jetzt, wo wir die Stammfunktion gefunden haben, ersetzen wir t durch das, was es ist. Das heißt, Tangens von x halbe. Übrigens, um diese Stammfunktion zu berechnen, hätte man das klein t Verfahren auch umgehen können. Es gibt Leute, die denken hier bei 1 plus cos x sofort an diese Formel von Carnot, weil da steht 1 plus cosinus von einem Winkel. Das ist dasselbe wie 2 mal cos Quadrat von der Hälfte dieses Winkels. Das kann man hier schön anwenden. So führt das also zu dieser Stammfunktion. Die Zahl 2, die setzt man dann noch nach oben zu 1 halbes. Und 1 halbes ist genau die Ableitung von x halbe. Wenn man hier also die Substitution u gleich x halbe vornimmt, dann führt diese Stammfunktion sofort zu 1 geteilt durch cos Quadrat von u du. Und das ist Tangens von u. Und dann ersetzt man das u noch durch x halbe und findet so sofort Tangens von x halbe. Also auch hier hätte man das klein t Verfahren vermeiden können. So geht es schneller. Aber es stimmt, man muss schon darauf kommen, hier die Formel von Carnot einzusetzen. Kommen wir jetzt zu einem Integralbeispiel, bei dem man den Variablenwechsel einsetzen kann. Wenn u von x eine stetige und streng monotone Funktion ist, so ist diese Funktion umkehrbar und die Umkehrfunktion x von u ist dann auch stetig und streng monoton. Die Spezialisten nennen solch eine Funktion eine Bijektion. Sie sagen, die Funktion u von x sei bijektiv. Und in diesem Fall kann man das Integral von a bis b von f von x dx so berechnen, es ist das Integral von u von a bis u von b von f von x von u mal die Ableitung der Funktion x gegenüber der Variablen u du. Wir werden dieses Verfahren bei diesem konkreten Beispiel hier anwenden. Gefragt wird der Inhalt von dieser blau schraffierten Fläche hier, wenn man weiß, dass diese rote Kurve ein Halbkreis ist und die grüne ebenfalls. Um diesen Flächeninhalt zu bestimmen, können wir selbstverständlich sagen, das ist das Integral von 1 bis 2 von dieser grünen Funktion minus das Integral von 1 bis 2 von dieser roten Funktion. Also so. Das Integral von 1 bis 2 von der grünen Funktion, das ist eine Kreisfunktion mit Radius 2, also Quadratwurzel von 2 Quadrat minus x Quadrat, Integral von 1 bis 2 von dieser Kreisfunktion dx. Was hier zu bestimmen bleibt, das ist dieses Integral. Dieses da. Und jetzt kommt die Idee vom Variablenwechsel, das heißt von dieser Formel. Die Idee, die jetzt dahinter steckt, ist folgende. Wenn wir x ersetzen würden durch 2 mal Sinus von u, dann wäre x Quadrat 2 Quadrat Sinn Quadrat von u. 2 Quadrat macht 4, könnte man dann mit dieser 4 ausklammern und diese ausgeklammerte 4 könnte man aus der Wurzel raus als 2. Unter der Wurzel stünde dann noch 1 minus Sinus Quadrat von u. Das ist aber cos Quadrat von u durch die Grundformel der Trigonometrie. Und das Quadrat würde sich dann mit der Quadratwurzel aufheben. Genau das werden wir hier machen. Wir nehmen diesen Variablenwechsel vor, x gleich 2 Sinus u. Wir kehren den um in u gleich 8 Sinus von x Halbe. Das ist ein Variablenwechsel zwischen dem Intervall von 1 bis 2 und dem Intervall von Pi Sechstel bis Pi Halbe. Wie kommen wir darauf? Wir integrieren ja von 1 bis 2. Also sollen wir x von 1 bis 2 nehmen. Daher dieses Intervall hier, 1, 2. Und wenn x 1 ist, dann ist u 8 Sinus von 1 Halbes. Und der 8 Sinus von 1 Halbes, das macht Pi Sechstel, weil der Sinus von Pi Sechstel ja 1 Halbes ergibt. Dasselbe bei der 2, wenn x 2 ist, dann ersetzen wir also hier x mal durch 2. Dann haben wir hier 2 geteilt durch 2, also 1. Dann ist u also der 8 Sinus von 1. Das heißt Pi Halbe. Also können wir hier den Variablenwechsel vornehmen, denn wir wissen, wenn x 1 ist, dann ist u Pi Sechstel. Und wenn x 2 ist, dann ist u Pi Halbe. Dann schreiben wir noch die Quadraturzel von 4 minus x Quadrat, wo wir das x aber als Funktion von u ausdrücken. Das ergibt dann Quadraturzel von 4 minus 2 Quadrat mal Sin Quadrat von u. Und hinter diesem Ausdruck muss dann noch multipliziert werden mit der Ableitung von x gegenüber der Variablen u. Also müssen wir dieses x noch ableiten gegenüber der Variablen u. Und die Ableitung von 2 Sin u gegenüber u, das ist 2 Cosinus von u. Deshalb steht hier 2 Cosinus von u. Und letztendlich dann du. Okay. Jetzt machen wir genau das, was wir eben sagten. Die 4 kann hier ausgeklammert werden, darf dann aus der Wurzel raus und wird dann dazu 2. Diese 2 multipliziert sich mit der da, das ergibt dann 4. Und unter der Wurzel steht dann noch 1 minus Sin Quadrat. Das macht Kost Quadrat. Also steht dann noch die Quadratwurzel aus Cos Quadrat. Das ist der Betrag vom Cosinus. Da der Winkel u sich aber zwischen Pi Sechstel und Pi Halbe befindet, ist der Cosinus von u positiv. Also Betrag vom Cosinus wird dann zu Cosinus von u. Und dieses Cosinus von u multipliziert sich noch mit dem da hinten. Und somit erhalten wir hier dieses Integral. Die 4 fliegt noch daraus. Stammfunktion von Cos Quadrat, die können wir leicht bestimmen, durch die Formel von Carnot Cos Quadrat von u. Das ist 1 plus Cosinus von 2u geteilt durch 2. Und durch diese Formel führt dieses Integral sofort zu der Variation dieser Stammfunktion. Jetzt ersetzen wir zuerst einmal das u durch Pi Halbe. Danach ersetzen wir das u noch durch Pi Sechstel und ziehen die zweite von der ersten Zahl ab. Und somit ergibt das 2 Pi Drittel minus Wurzel 3 Halbe. Jetzt haben wir also herausgefunden, dass dieses Integral gleich zu dieser Zahl ist. Und der Flächeninhalt, den wir eigentlich suchen, das ist dieses Integral, also diese Zahl, minus Pi Viertel. Also der gesuchte Flächeninhalt, das ist diese Zahl, minus Pi Viertel. Das machen wir noch alles schön gleichnamig und finden somit als Flächeninhalt 5 Pi minus 6 Wurzel 3 Zwölftel. Um zu überprüfen, ob diese Antwort eine Chance hat, richtig zu sein, lassen wir vom Taschenrechner mal diesen Dezimalwert berechnen. Der Taschenrechner findet ungefähr 0,44297. Das ist ein bisschen weniger als 0,5. Und dieser Flächeninhalt hier kann effektiv ungefähr so groß sein wie die Hälfte vom Einheitsquadrat. Das stimmt überein.